Manuel zieht Steine Egal, weil ich nicht genau weiß, welche ich von den dreien ziehen soll Wenn ich in der Mitte ziehe, kann er zusammenbrechen Umgekehrt genauso Also es wird eine schwierige Sache Heute wird spannend Fangen wir mal mit der Seite an Ich bin jetzt schon hinterlegen, wie ich das am besten mache Fange ich mal hier an Wow Das ist schon mal Stein 1 Von 2 Wird richtig schwierig Stein 2 Ja, Manuel zieht Steine, Freunde Morgen gehts weiter Mit Manuel zieht Steine Seid dabei Und freut euch auf die nächste tolle, spannende Folge Mit Manuel zieht Steine Ciao Da 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 da